ja hallo und willkommen bei e-bike.tom heute gibt es mal ein review nach 200 kilometer mit dem turoll j1 st und alles weitere dazu gleich nach dem kurzen intro bis gleich ja willkommen zurück ich freue mich dass ihr wieder dabei seid heute gibt es mal ein review zu dem turoll j1 st was ich jetzt seit über 200 kilometern gefahren habe und ich kann schon vorweg nehmen es hat mir sehr sehr gut gefallen aber es gab auch einen kleinen kritikpunkt den ich jetzt mal auf einzelne auf die teile dementsprechend darauf eingehen werde die ich da meine und dann schauen wir uns mal die ganze sache an ja fangen wir mal vorne an da hat man ja das problem hier mit dem schutzblech dass es geschliffen hatte da habe ich das schutzblech einfach weiter nach oben gesetzt hier mit der schraube die musste einmal gelöst werden schutzblech nach oben dann war das schleifen hier auch weg in kombination mit dem schleifen hatte ich aber auch das problem hier mit dem lenker vorbau und zwar der lenker vorbau der originale hatte ein deutliches spiel den konnte ich nicht einstellen ich habe alles versucht alles ausprobiert den konnte ich nicht einstellen und musste den sogar austauschen und hatte jetzt hier neuen lenker vorbauen wir drauf gemacht und seit ich diesen neuen lenker vorbaut hier drauf habe habe ich jetzt kein spiel mehr und alles ist tippitoppi ja sehr begeistert war ich auch über hier den akku den ich hier habe der hat eine sehr sehr gute reichweite nicht so gut natürlich wie mein 625 watt stunden akku von dem highbike aber trotzdem komme ich wenn ich im sparmodus bin circa 60 bis 70 kilometer der ist also sehr sparsam gerade wenn man nicht in der höchsten unterstützungsstufe fährt sondern hier im schnitt zwischen drei vier und fünf immer hin und her pendelt kommt man hier gute 70 kilometer mit ja dann habe ich mir noch die pedale die haben auch dementsprechend immer guten grip da ist mir auch nichts aufgefallen auch das schaltwerk hinten schaltet ordentlich und sauber dann habe ich mir natürlich auch hier die sattelstütze das parallelogramm von contact hier drauf gemacht die jetzt hier für ein optimales komfort verhalten sorgt in kombination mit einem city sattel ja der gepäckträger da hatte ich auch schon mit dem körbchen gearbeitet ist auch wunderbar hinten natürlich das bremslicht funktioniert weiterhin auch im dunkeln auch im dunkeln leuchtet das fahrrad gut und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen kann ich nichts negatives über dieses e-bike sagen was mir besonders gut gefallen hat übrigens sind auch hier die reifen anfangs war ich ein bisschen skeptisch aber dieses profil und generell die reifen hier von kender wenn man sie jetzt nicht allzu stark aufpumpt ich sag mal so im schnitt so um die drei bar hat man ihren richtig kommt kann man hier richtig komfortabel mit fahren und haben auch einen sehr guten grip auf sand schotter oder auch im schlamm ja hier auch die vordere federgabel ihr könnt es sehen macht hier nur richtig guten job und nicht langer federweg und funktioniert prächtig die bremsen habe ich ja dementsprechend ordentlich eingestellt und haben auch hier vernünftigen grip bzw bremsen so dass sie auch blockieren ja dann bin ich natürlich für für den sommer für nächstes jahr auch hier musste ich ja hingehen weil das bei meinem highbike nicht geklappt hat habe ich ja hier dann die anhängerkupplung angebracht und werde dann mit dem e-bike nächstes dann auch meine touren fahren mit anhänger wenn ich dann mit dem kajak unterwegs sein möchte auch die hintere bremse macht hier einen richtig guten job wenn ich also vollbremse dann blockiert sie auch der hinterradmotor mit 250 watt macht hier auch einen richtig guten job er hat richtig kraft ist natürlich ein ganz was ganz anderes wie ein mittelmotor und wenn man die power braucht ist die power dann da ja dann habe ich noch hier einen anderen sattel verbaut der standard sattel von turoll war mir nicht komfortabel genug da habe ich jetzt hier ja einen city sattel besorgt der dementsprechend auch noch mal erst mal eine dementsprechende breite hat man sitzt ja aufrecht auf dem fahrrad und hier und hier auch noch mal eine extra zusätzliche federung und diese federung plus der weiche sattel plus das parallelogramm ist ein komfort vom aller feinsten also das unglaublich das ist echt unglaublich ja meine frau ist auch schon mit dem fahrrad gefahren einige male haben wir gemeinsam schon touren gemacht und sie ist auch sehr sehr begeistert deswegen natürlich auch hier der quack mit dem rosa helmchen ja allem in allem bin ich super super zufrieden mit dem turoll j1 st es macht einfach nur richtig spaß damit zu fahren und ich kann es wirklich jedem empfehlen wie gesagt das kleine manko was ich hatte hier mit der mit dem verstellbaren lenker vorbau das habe ich jetzt der lenker vor bat mir jetzt noch mal 20 euro mal eben schnell gekostet über amazon konnte ich problemlos austauschen und dann war das problem mit dem spiel vorne dann auch dementsprechend gelöst also sehe ich es sich als großen kreditpunkt an kann man einfach austauschen und auswechseln klar feinheiten habe ich hier natürlich modifiziert meinen bedürfnissen entsprechend aber man kann für kleines geld kann man sich ein richtig tolles e-bike zusammenbauen dann wenn man noch ein bisschen geld in die hand nimmt so wie ich es getan habe und hat dann ein tip top e-bike für immer noch unter 1000 euro besser geht es nicht besser geht es nicht und ja ich werde auch noch weiter berichten natürlich dann im nächsten jahr wenn ich so meine ersten 1000 kilometer oder vielleicht 2000 kilometer mit gefahren bin und dann auch die erste inspektion mache dann werde ich natürlich berichten wie es dann hier weitergeht mit dem turoll j1 st ja solltet ihr irgendwelche fragen natürlich zum e-bike haben dann könnt ihr mir jederzeit natürlich dann ein kommentar schreiben und ich werde euch dann eure fragen gerne beantworten dann sage ich erst mal vielen dank fürs zuschauen ich würde mich über einen daumen nach oben freuen und wenn du keine abonnenten seid dann abonniert auch meinen kanal um keine weiteren tipps und tricks von e-bike tun zu verpassen es grüßt euer traum bis dann ciao